Und dann wird es schön, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das neue iPhone 15 Ultra. Und natürlich, das sind alles nur noch Gerüchte, da die letzten iPhones erst vor ein paar Monaten kamen. Trotzdem wissen wir auch jetzt schon ziemlich viel darüber. Und da schon länger, auch schon beim 14. und so, über das Ultra-Modell gemunkelt wurde, geht es auch dieses Jahr wieder darum. Und dieses Jahr stehen die Chancen aber deutlich besser, als in den Jahren davor, dass wir wirklich dieses Ultra-Modell bekommen. Das wollen wir uns heute jetzt mal gemeinsam ein bisschen anschauen. Kurzer, das klären wir vor dem eigentlichen Video noch. Ich würde mich sehr über ein Like und vor allem über ein Abo freuen, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und jetzt geht es auch schon los mit dem eigentlichen Video. Starten wir mal, was sich denn so ändern soll oder was. Denn ganz neu ist und da seht ihr schon den ersten Punkt, das Design. Seht ihr gerade, das ist hinten abgerundet, so wie man es kennt eigentlich. Natürlich, der Rahmen sieht da ein bisschen komisch aus. Das liegt daran, da gemunkelt wird, dass wir eine Titan-Abrundung bekommen bei dem neuen iPhone 15 Ultra. Das wäre natürlich schon sehr, sehr nice, wenn es das wirklich geben würde mit so einer Abrundung, die dann aus Titan ist, wie ihr es gerade gesehen habt. Das wäre natürlich schon echt der Hammer. Weiß ich aber noch nicht ganz so, wie das dann gemacht wird. Ob dann die komplette Rückseite aus Titan ist, was dann wiederum kein Wireless Charging erlauben würde. Oder ob man dann die Rückseite aus Glas macht. Das sah dann aber auch wiederum ein bisschen komisch aus. Das ist eine schwierige Sache. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Das Ganze erinnert natürlich ein bisschen so an die neuen MacBooks und auch an das alte iPhone 5C. Hat natürlich den Vorteil, dass Titan, dass es ziemlich leicht ist und auch keine Fingerabdrücke anzieht. Das ist natürlich ein durchaus großer Vorteil. Dann haben wir auch einen weiteren Punkt, auf den ich jetzt mal ein bisschen eingehen will und das ist die Kamera. Und auch hier wird spekuliert, was wir hier so als neues Gadget bekommen. Auch hier ist die Überlegung von einem neuen Sony-Sensor, der hier der neue Sensor sein soll. Der soll besseres Licht einfangen und auch besseres HDR ermöglichen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil manchmal so bei gewissen schwierigen Lichtsituationen gibt es halt manchmal auch Probleme. Selbst bei einem so guten Handy wie auch eben dem iPhone. Aber das einfach bei einem sehr hellen Hintergrund, das dann richtig ausgeleuchtet wird. Und da soll dann der neue Sensor sein und auch halt dann mit einer neuen Bearbeitung glänzen. Bin ich sehr gespannt darauf, was sich das entwickelt. Im letzten Jahr hat sich da leider nichts getan. Deswegen bin ich umso gespannter, was dieses Mal geht. Auch über einen neuen Pariscope-Sensor wird hier gemunkelt. Das ist hier, also auf Deutsch könnten wir dann hier auch endlich einen Sensor haben, der mehr als die normale Dreifache Vergrößerung schafft. Kennen wir ja aus vielen anderen Modellen. Bei Opus ist der sehr, sehr gut und so. Also auch da ist schon einiges wirklich geboten. Und auch ich bin gespannt, was wir hier so schaffen. Auch wahrscheinlich ist, dass dann den 48 Megapixel-Sensor aus dem jetzigen 14 Pro dann auch die normalen 15er Modelle bekommen. War zumindest in den Jahren davor auch meistens so, dass das so war. Auf jeden Fall soll sich bei der Kamera auch beim Ultra, hier sieht man, einiges verändern. Vier Kamerasensoren halte ich hier aber persönlich wiederum eher für etwas unwahrscheinlich. Das nächste Feature des neuen Ultra-Modells ist die zweite Frontkamera, die wir haben werden. Hier seht ihr jetzt gerade auch ein Beispielfoto von nur einer Frontkamera. Es wird aber auch gemunkelt, dass es zwei geben soll. Einmal einen normalen Weitwinkel und einen Ultra-Weitwinkel. Hat einfach Vorteile beim Selfies machen oder so. Wäre natürlich auch wiederum ein neises Feature. Einfach, weil man durch so einen Ultra-Weitwinkel-Selfie-Kamera einfach mehr ins Bild bekommen würde. Wäre auch cool, man kann auch mal ein Video anrufen oder so. Auch mal andere Leute mit reinnehmen ins Bild. Oder diese automatische Verfolgung zu machen. Kennen wir ja auch alles vom MacBook und so und vom iPad. Da gibt es natürlich schon sehr, sehr nice Features. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch hier Apple die wieder umsetzen wird. Ob man das dann wieder in so einer Dynamic Island löst oder anders. Das wird man dann sehen. Bin ich auf jeden Fall auch durchaus gespannt, was man hier so hinkriegt aus der ganzen Sache rauszuholen. Bin aber auf der anderen Seite auch ein bisschen zwiegespalten. Weil ich ja noch immer träume von so einer winzigen Notch oder einfach gar keiner Notch oder gar keinem Loch und so. Das wäre natürlich das Traum-Display. Haben wir leider noch viel zu selten. Finde ich schade. Und ich hoffe, dass das Ganze sich noch ein bisschen ändert und ein bisschen auch weiterentwickelt im Ganzen. Das hätte natürlich einige Vorteile. Was aber auch noch ganz cool ist, was das nächste Feature ist. Dass wir nämlich hier dann keine Knöpfe mehr haben, sondern Taptic Engines. Das heißt, wir haben keine Knöpfe, sondern nur Buttons, wie gesagt, die aber selber sich nicht bewegen, sondern nur ein haptisches Feedback geben. Und bei Gott, ich wusste es nicht, dass mein MacBook... Ich dachte immer, dass sich dieses Touchpad wirklich nach unten drückt. Erst als ich im Video gesehen habe, dass das nicht der Fall ist, ist mir das irgendwann mal bewusst geworden, wo es mal komplett leer war. Weil das so unheimlich echt wirkt und wenn Apple das hinkriegt, auch in die iPhones zu verpacken, dann sehe ich da keinen Grund gegen Knöpfe. Ich mag zwar Knöpfe normal ganz gern, aber wenn sie so gut sind, wie das bei MacBooks das hinbekommen haben mit diesen Vibrationen einfach, dann wäre das natürlich eine ganz große Sache. Auf der anderen Seite frage ich mich halt wiederum, wenn man jetzt teilweise auch gehabt hat, dass man Geräte über diese Knöpfe auch wiederum zurücksetzt, zumindest im Android-Bereich, dann stellt man die Frage, wie man es da löst, wenn man dann keinen wirklichen Knopf mehr hat, sondern nur noch diese Buttons da. Ist natürlich die Frage, wie das dann gelöst wird, finde ich aber im Insgesamten recht cool, dass man einfach lauter, leiser und auch den An- und Ausschalter so löst. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr hyped drauf, weil das eigentlich schon eine coole Sache ist, vor allem, wenn sie es so gut umsetzen. Und der letzte Vorteil, auf den sich wahrscheinlich die meisten von euch freuen werden, ist USB-C und auch ich zähle dazu, dass es einfach, es ist immer so eine Sache, wenn jemand fragt, hey, hast du einen Ladekreis für mich? Es ist immer die Frage, Apple oder Android und ich werde jetzt schon die Zeiten entsegnen, wo man endlich diese Frage beenden kann und einfach jeder USB-C bekommt. Auch jetzt, wo die EU hier ein Gesetz verabschiedet hat, dass das Pflicht ist, fühle ich das persönlich sehr. Ich finde das einfach die einzig sinnvolle Sache, vor allem, weil es halt auch deutlich umweltfreundlicher ist. Und man hier jetzt nicht mehr diese scheiß leitenden Kabel, die wirklich keinerlei Vorteile bieten, finde ich das einfach eine wichtige Sache. Und so hat es schon deutliche Vorteile, vor allem, weil hier auch Thunderbolt 3 oder 4 haben. Und das ermöglicht natürlich deutlich, deutlich schnellere Datenübermittlung. Und wenn man schon mal ein Video so rübergezogen hat mit ein paar Gigabyte, dann wird man dafür sehr, sehr dankbar sein, dass das deutlich, deutlich schneller geht. Und auch so mit AirDrop und so dauert es einfach bei so großen Datenmengen ewig. Das ist natürlich ein richtiges Vorteil, mit Thunderbolt 3 oder 4 geht es halt deutlich, deutlich schneller. Das sind so die Hauptvorteile des neuen iPhone 15 Ultras. Das ist natürlich nicht alles und ich bin mir noch nicht sicher, ob da alles dann davon umgesetzt wird. Es gefällt mir aber deutlich besser. Den Preis, den dann aber dafür aufgerufen wird, ich glaube, den will ich gar nicht wissen. Ich glaube, da wird uns allen spindelig. Bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, was da im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann Ende Sommer, Anfang Herbst auf uns zukommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like und vor allem auch über ein Abo freuen. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bis dahin, reingehauen. Bis dahin, reingehauen.